Na, wessen knackige Rückseite sehen wir denn hier? Die ganze Aufnahme zeigen wir euch gleich. Doch so viel sei verraten, die Dame, der diese Kehrseite gehört, ist eine Sportlerin und mit dem WM-Helden Bastian Schweinsteiger verheiratet. Na, klingelt es? Ja richtig, es ist Anna Ivanovic. Auf Instagram hat sich die 33-Jährige schon des Öfteren sexy gezeigt, so zum Beispiel mit dieser Kombi in Lederoptik. Und dass für so eine fitte Figur auch etwas Training nötig ist, ist natürlich keine Überraschung. Fit hält sich die ehemalige Profisportlerin mit Tennis- oder auch Handeltraining. Doch genug auf die Folter gespannt. Jetzt zeigen wir euch endlich die neuen Aufnahmen. Im hautengen Einteiler zeigt Anna ihre perfekte Figur. Ihr flacher Bauch, aber auch ihre sportlichen Beine kommen so perfekt zur Geltung. Damit ihre Haare sie beim Training nicht stören, hat sie diese zu einem lässigen Zopf geflochten. Neben ihrer tollen Figur zeigt Anna auf, was für eine Naturschönheit sie ist. Ohne Make-up strahlt sie in die Kamera und sieht dabei Blenden. Ciao. Ciao. Ciao.